Ho ho ho, ne so, willkommen zu einer weiteren Folge Adi und der Adventskalender, ihr seht, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist der Niko laus, ja, da laust mich doch der Niko, wenn ich das höre, Adi freut sich auch schon auf seinen Adventskalender, jetzt wollen wir aber mal gucken, was da drin ist, denn Adi öffnet wieder sein Türchen, da wird wohl das gleiche drin sein wie jeden Tag, ne, the same procedure as every Nikolaus, was ist, achso, die Nummer 6, muss man auch erstmal wissen, das sechste Türchen wird geöffnet, Adi und der Adventskalender, dann gibt es natürlich auch noch Bierchen für den Rahmen, jetzt gucken wir mal, seht ihr das, sieht aus wie alles andere, vielleicht ist ja am 24. was ganz besonderes drin, ne andere Katze oder so noch zusätzlich, so Adi, jetzt gebe dir mal das, du darfst probieren, darfst die Nase ganz tief reinhalten, schnugel da mal was weg, den Rest gebe ich dir wieder so ins Waschbecken, oh, Vorsicht, nicht runterfallen, das ist der Zoo Royale Kalender, immer ein kleiner Snack für zwischendurch, dann kommt der von euch, gesponsorte Kalender, mit Spielzeug und Essen drin, gestern war Essen drin, ich gehe davon aus, heute gibt es wieder was zu spielen, und heute ist ja auch der sechste, da werden die uns ja nicht mit Essen abspeisen, ich suche vergebens die Nummer 6, achso, die ist hier unten, jetzt habe ich sie gefunden, so, machen wir mal die 6 auf, und haben, ach ne, auch was zu essen drin, da freut sich doch der Adi, da kann er dann wieder brechen, wenn er zweimal essen kriegt, hier ist nämlich wieder so ein, so ein heftiges Tütchen drin, das sieht schon richtig komisch aus, so richtig so, so haschkuckimäßig, Hühnerherz, gefriergetrocknet, gefriergetrocknetes Hühnerherz für Katzen, vielleicht liegt es am gefriergetrockneten, das ist halt so, naja, weiß ich nicht, guck doch mal, so ein Fladen, sieht aus wie das, was manchmal rauskommt, wenn er zu viel gegessen hat, und jetzt verkaufen die einem das direkt so, jetzt sind wir probierend, nee, doch, genau, am besten, du gehst damit, woanders hin, das will keiner sehen, ich leg dir den Rest mal ins Waschbecken, und guck mal, was passiert, ob der das noch isst, da, such, hüpf, spring, du schaffst es nicht, du musst, noch ein Stück, Kippzügel, jetzt sieht das mit der Pfote raus, wir sind voll bei dir, Adi, du schaffst es, du schaffst es, dann hüpf einfach rein, hüpf doch rein, hüpf, hüpf rein, und dann gönn dir die ganze Brise, gefriergetrockneten Hühnerherzen am Nikolaustag, das muss man erst mal, das wäre nichts für mich, wir kommen jetzt aber zum Bad Sender, B-Advance-Kalender für den Ramses, da bin ich mal gespannt, ob das heutige Türchen trotzdem ein bisschen auf den Nikolaus angepasst ist, oder völlig random, hier suche ich auch wieder die Nummer 6, 6, 6, 6, hier, direkt in der Mitte, direkt in der Mitte ist die Nummer 6, und ich sehe schon, das ist ja genial, pass auf, werden wir es jetzt wieder wegstellen, so, wir stellen jetzt einmal hin bei uns, wo waren wir letztens im Legoland, in Gönsburg, und was ist das, ein Gönsburger Helles, da habt ihr hier oben so ein Rad drauf, ihr habt doch ein Rad ab, hier steht einfach Gönsburger Helles, und hier ist ein Mann, Radbrauerei Günsburg, Georgs Helles, würzig Feinherb, das ist also der Georg auf dem Etikett aus der Radbrauerei, deswegen ist da ein Rad drauf, richtig so altmodisch, so wie so ein Holzrad, Georgs Helles, zurück zu den Wurzeln, als Georg Bucher im Jahr 1950 die Radbrauerei wieder eröffnete, braute er ein helles Vollbier, wir haben die Rezeptur dieses Bierklassikers zeitgemäß interpretiert, sein Aroma verleihen ihm zwei Hallertauer Hopfensotten, damals wie heute ziert die Flasche das Rad als Erkennungszeichen unserer Brauerei, Gönsburg, www.gönsburger.de, 5,1% Radbrauerei Gönsburg, sieht an sich ja aus, eigentlich sehr fresh, es hört sehr grün, aber ist so Comic-mäßig, der Mann lacht mich richtig an, das finde ich schön, hat hier einen Bierkrug in der Hand, steht hier vor einem Fass, hat hier noch so ein Abdrockentuch über der Schulter hängen, das ist cool irgendwie, das erinnert mich ein bisschen an den lustigen Mann, den wir mal hatten, der da rumgestanden hat, den ich total fresh fand, Farbe, ja, der Mann damals hatte ein richtig helles Neongrün, aber auch so wie ein Comic-Look, das fand ich richtig spritzig und richtig frisch, richtig jugendlich, hier ist es jetzt ein bisschen erwachsener, nicht so Neo-mäßig, aber finde ich trotzdem irgendwie cool, würde mich ansprechen, wenn ich das so sehe, durch dieses Lächeln von dem Herrn, ich würde 4 von 5 Punkte geben jetzt, vor allem, weil es Gönsburger Helles ist, und ich damit jetzt was in Verbindung bring, das mich ja jetzt an Legoland erinnert, als wir erst beim Legoland waren, danke nochmal an Pablo an der Stelle, der das Ganze ermöglicht hat, dass wir nach Gönsburg fahren, und jetzt das Gönsburger Helle trinken, das an den anderen Sponsor, ihr seht, der Ramses, der verwöhnt einen viel zu sehr, der eine schenkt einem Gönsburg-Tickets, der andere schenkt einem einen Bier-Adventskalender, und dann sitze ich hier und trinke Bier aus Gönsburg, das machen wir jetzt mal auf, ich hoffe, diesmal schäumt nicht alles über, so, und beruhigt sich's, ich muss den Deckel immer ein Stück noch drauflassen, ich mache den immer direkt weg, und letztens ist wieder alles rausgeschäumt, und grüße an Genaya, aber die wahre Kunst des Bier-Einschenkens ist, dass alles ins Glas passt, ja, die meisten sagen, die wahre Kunst ist, so einzuschenken, dass eine fette Bierkrone entsteht, aber ich versuche eigentlich immer, so einzuschenken, dass ich wirklich die ganze Flasche mit einmal ins Glas kriege, dafür aber jetzt nicht unbedingt drei Tage Sitz, und keine mehr drin versuche, da kommt der Schaub zwar dann so kurz, aber, so ist die Flasche leer, das Glas ist voll, ich habe da nichts mehr drin, nichts mehr übrig, und kann mich jetzt voll und ganz auf die Farbe konzentrieren, mal gucken, ob du's hinkriegst, einmal ein ganzes Bier so einzufüllen, mir ist ja beim ersten war's auch, ging's gar nicht, war's viel zu heftig, du hast dann bei dem nächsten eine richtig fette Schaumkrone hinbekommen, Kästor hatte ich gelobt, ich hab's gesehen, jetzt mal gucken, wie sieht das denn aus, das perlt auf jeden Fall schön nach oben, das rumperlen sieht toll aus, es ist glasklar, es ist ein bisschen hell, aber es ist ja auch Münsburger Helles, wenn wir das mal rumdrehen, vielleicht muss man's ja mal einmal so gegen das Dings halten, seht ihr, wie hell das ist, seht ihr die Farbe, seht ihr, wie hell, das ist glasklar, das sieht richtig toll aus, jetzt hab ich alles verstellt hier, Mann, oh Mann, ich will trotzdem 4 von 5 geben, wenn's ein bisschen dunkler wär und dadurch kräftiger, wär's bei mir eine 5 von 5, aber dieses perlige, dieses klare, kein bisschen trüb, gefällt mir sehr gut, deswegen kriegt's bei mir jetzt 4 von 5, komm mal zum Geruch, Geruch bekommt bei mir, kommt von mir 3 von 5, riecht nicht unangenehm, riecht aber auch nicht besonders, Geruch ist immer das schwerste zum Bewerten, weil Geruch halt, wer riecht denn bitteschön schon an seinem Bier, die meisten trinken's doch einfach nur, wer riecht am Bier, keiner, gut, so, probieren wir's aber mal, 3 von 5, für Geruch, jetzt ne Kostprobe, schmeckt aber nicht nach Günsburg, in Günsburg gab's, in dem Café stand auch ganz groß, Günsburger Pilsner und so, weil ich musste ja, da war zum Ende, wir mussten ja heimfahren, konnte ich das natürlich gar nicht testen, das ist jetzt kein Pilsner, das ist Helles, aber, ich weiß nicht, ich glaub, kriegt von mir auch, 3 von 5 Punkten, was ist damit, es ist nicht herb, es ist nicht herb, es ist nicht so bitter, es ist, schmeckt auch nicht nach Spülmittel, es schmeckt aber auch nicht so leicht, oder auch nicht so würzig, wie andere, ich könnte's jetzt nicht, so in großen Mengen, einfach trinken und sagen, richtig, knall rein, fertig, du merkst schon irgendwas, ist wieder schwer definierbar, aber ist für mich jetzt nicht der angenehmste Geschmack, obwohl es gar keine bitteren Noten aufweist, so heftig, so irgendwie ist das, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, wir hatten andere dabei, die gingen viel besser trinken, die haben einfach gleich direkt mehr gemundert, und wir haben auch viel schlechtere gehabt, deswegen ist das für mich ein komplettes Mittelding, beim Geschmack, Bitzelt auch wieder leicht auf der Zunge, trotzdem richtig coole Überraschung, dieses Gönsburger, von Georg, Georgs Helles, oder Georges Helles, Georges Helles, ist ja schon fast ein Zungenbrecher, was sagt ihr, Georgs Helles, Georges Helles, das war's von Weihnachtsseite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, und Grüße an die Frau Wöllner, die hier mehr Weihnachtsfeeling haben möchte, im Video, reicht das jetzt, das ist doch Nikolaus, da kommt eine Mütze drauf, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, kein Günzburger dabei, sorry, jetzt tut mir voll der Magen weh, das meine ich damit, dass ich nicht so viel von dem auf einmal trinken könnte, oder würde, so wie jetzt mein Magen gerade, irgendwie, das hatte ich bei den anderen Biers nicht, aber das liegt irgendwie trotzdem nicht am Geschmack, weil es ging ja trotzdem erst mal runter, aber irgendwie, boah, löst das irgendwas aus, ciao, oh, oh.